Die Welt hat Bitcoin noch nicht wirklich verstanden. Letzten Freitag crashte eine Gruppe Krimineller in Texas mit einem Pickup-Truck direkt in die Scheibe eines Tabakladens. Die Gruppe springt aus dem Truck, stürmt den Laden und das Ziel... Ja, diese Gruppe hat versucht, einen Bitcoin-ATM zu stehen. Wie aber ABC News weiterberichtet... Jetzt, es stimmt, dass Bitcoin-ATMs keine physischen Coins halten, aber man zahlt ja Cash ein, um dann seine Bitcoin-Wallet aufzuladen. In dem Fall haben die Maschinen also doch eine Menge Cash in sich und es war nicht die Gruppe von den Kriminellen, die es falsch verstanden haben, sondern die Reporterin von ABC News. Und das ist wirklich das beste Beispiel von...